Hallo zusammen. Ich möchte euch heute einmal mein neues Tool zur Reifenpflege präsentieren. Die Tire Dressing Brush. Sie kommt mit diesem praktischen Halter zu euch. Dieses hat einmal den Vorteil, wenn die Bürste dreckig ist und ich sie außer Hand legen muss, muss ich sie nicht irgendwie so hinpacken. Ich kann sie in diesen Halter packen, dann kann ich sie da rein liegen, auch gut zum Lüsten dort drin aushängen. Also mega praktisch und auch schick, oder? Was sagt ihr? Naja, hier geht es ja auch nicht um schick. Einmal noch ein Vorteil ist dieser ergonomische Griff, mit dem ich eine sichere Führung und Anwendung habe. Die Tire Brush nimmt das Dressing auch nur an der Oberfläche der Bürsten auf und somit verschwende ich kein Produkt. Die hohe Dichte an Fasern versuche ich euch mal zu zeigen. Also, ich kann wirklich drücken. Ich probiere das mal hier noch mit dem Licht irgendwie, ob ich da noch was... Ja, könnt ihr sehen, wie fein diese Bürste ist? Wirklich mega! Ja, dennoch zu gut erlässt der Preis von 10,90 Euro. Und durch diese Fasern soll auch noch ein gleichmäßiges Auftragen bzw. gleichmäßiges Finish gegeben sein. Ich hoffe, euch hat diese kurze Vorführung gefallen. Ich hoffe, euch hat diese kurze Vorführung gefallen. Ich hoffe, euch hat diese kurze Vorführung gefallen. Also, euch hat dieses Video gefallen.